Musik Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir! Ja, und zwar handelt es sich um das Computerspiel Ballaburg. Und zwar das von Ascaron. Es gibt nämlich zwei verschiedene Ballaburge, aber ich meine Ascaron. Sieht man rechts unten in der Ecke auch schön. Wey, Ascaron! Und ich bin nicht alleine. Nein, denn wieder einmal kommentiert dieses Let's Play mein guter Kumpel... Na super! Er ist zu den Italienern übergewandert. Na egal! So, es geht los. Ich starte mit meinem vorgefertigten Profil. Habe allerdings noch kein Level gemacht. Und das Tutorial werde ich nicht machen, weil 1 plus 1 ist... Also, ihr seht schon, dieses Tutorial erklärt, was 1 plus 1 ist und das können wir schon... Fisch! 1 plus 1 ist Fisch. Da hast du vollkommen recht. So, nein! Wir fangen gleich mit der Kampagne an. Es gibt vier Kampagnen. Wir können sogar mit der letzten Kampagne anfangen. Man sieht schon, die Weiber sind eher auf geil gemacht, ne? Bäh! Bäh! Also, die... oder Eiskönigin, ich... An der jetzt sieht das schon aus wie bei der Homi! Ohne Witz! Ja, in dem Spiel geht es darum, dass es vier Königinnen oder wie auch immer gibt und du in der Kampagne für eine dieser Königinnen spielst und die anderen sind die Schwestern und das sind dann irgendwie die Gegnerinnen und so weiter. Deswegen kommt man aber recht mit. Da gibt es recht witzige Dialoge und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit der leichtesten Kampagne. Das ist die Bald-Kampagne. Mir fällt mal gerade so auf, wenn ich mir die Bilder angucke. Also, die erste hier sieht aus wie Rosette. Die zweite sieht aus wie, äh, Dingens, Jasmin aus Aradin. Die Eis-Olle sieht aus wie die Eiskönigin. Das Märchen muss man kennen. Die letzte sieht aus wie Jaffan weiblich. Hahaha. Gut. Fangen wir mal an mit der ersten Kampagne. Das erste Level, das leichteste von allen. Ähm. Hallo, mein großer, starker Held. Wie schön, dass du den Weg zu meiner Burg gefunden hast. Weißt du, meine Schwester, die doofe Eiskönigin, hat doch tatsächlich meine süßen, friedfertigen Bauern beleidigt. Kannst du dir das vorstellen? Sei doch bitte so lieb und schieß ihre Gebäude kaputt, ja? Das wird lustig. Hihi, das wird lustig. So, eine kleine Einführung. Wir haben hier eine Kanone. Und, wow, der war gar nicht schlecht für den ersten Schuss. Dann haben wir hier einen Feuerkatapult. Und auf das wir total blind schießen müssen, weil wir leider nicht sehen, wo wir hinschießen. Okay. Da gibt's dann so lustige Kommentatoren. Na, klasse. Wir wollen hier eine Schlacht gewinnen und du machst einen Weitschusswettbewerb. Ich höre leider keinen der Sprüche. Das ist schade. Du hörst keinen Spruch. Nein, leider nicht. Das ist schade. Das ist nicht gut. Da gibt's nämlich wirklich... Machen wir das mal so. Das wird jetzt verdammt laut, aber hilft dir nicht. Danke. Danke. Oh, oh! Das war zu weit. Hörst du das? Ja. Gut, da war aber leider nicht lustig. Hörst du halt gesagt, er war nicht schlussig. Hö, 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 hö. Hö, lol. Na, geil. Ähm, ja, in diesem Spiel geht's darum, ich werde jetzt mal ein bisschen Einführung machen. Ähm, du hast deine Burg. Ja, gut, in diesem Fall hab ich einen Bergfried und vier Türme. Ähm, ja, du kannst Bauernhöfe bauen und kriegst dann Steuern. Und Steuersatz kannst du auch festlegen, der ist bei mir auf 35%. Hier oben siehst du die, äh, Bauern, die drin sind. Ich hab 60 von 60, das ist gut. Links siehst du das Geld. Ähm, ja, wir könnten hier zum Beispiel, ähm, können wir Gebäude bauen. Nein, in der ersten Mission kann man gar nichts machen. In der ersten Mission kann man eigentlich nur schießen. Ähm, genau, soviel zu. Eins, zwei, drei, vier. Uh, ja, wir nähern uns langsam. Ja, ähm, dieses Spiel ist ein reines Strategiespiel. Ähm, eins meiner Lieblingsstrategiespiele. Es ist simpel aufgebaut, es ist witzig, es ist anstößig, alles was man eigentlich haben will. Super, schieß ihr die Birne weg und lass es reinregnen. Was? Schieß ihr die Birne weg und lass es reinregnen. Und? Ja, lass es krachen! Yeah, lass es krachen, man. Ja, das hab ich... Lecker Laugenbrötchen. Was hast du? Lecker Laugenbrötchen. Gib mir mal das Fernglas, ich will sehen, wie viel Personal du erwischt hast. Das ist so geil. Äh, ja, ich find das Spiel ziemlich witzig. Ähm... Das verstehst du? Also unter... Okay, das war's. Wie hast du jetzt gewonnen? Ähm... Das Ziel war, die gegnerischen Gebäude zu zerstören. Ah. Genau. Ich glaub, ich hab dich ziemlich krass in dieses Spiel reingeworfen. Mhm. Ungeschaut. Lord Black Death. Punkte Silber. Man kann halt je nachdem, wie gut man ein Level abgeschlossen hat, kriegt man eine Medaille. Und je nachdem, wie weit wir fortgeschritten sind, werden neue Waffen freigeschalten. Was totaler Schwachsinn ist, weil du die Kampagne sowieso nur am Stück... Also... Ja. Ach, herrlich diese Ruhe. Leider ist meine Schwester jetzt richtig böse geworden. Aber auf dich noch mehr. Stell dir vor, sie hat mir die Pläne für diese... Ähm... Diese Kanonendinger geklaut. Ich glaube, am besten zerstörst du ihre Bauernhäuser. Dann laufen ihr die Bauern davon und wir können uns wieder vertragen. Machst du das bitte für mich? Ja. Die Waldkönigin ist so ein bisschen Kind. Die anderen Königin reden etwas anders. Ich würde sagen... Los, töte ihre Bauern und Menschen und schlachte ihre Köpfe und dann werden wir uns bestimmt vertragen. Okay. Wo ist dann nur die Moral der Geschichte? Wo ist der Fehler, der Logikfehler, ne? Mädchen vertragen sich nie, sie machen immer Zickenkrieg. Ja, äh... Ich liebe dieses Spiel deswegen, weil ich keins kenne, das in dieser Art und Weise so gut gemacht ist. Wie das hier? So... Mach mal 51. Es wäre lustig, wenn man Schweine in Brand stellen könnte und die dann rumschießen könnte. Per man ganz auf Gold. Du, das ist bestimmt eine Anspielung auf ein anderes Spiel. Nein. Ach, dieses... Du hast mir doch letztes dieses eine Schweine-Spiel gesagt. Ja, genau. Von Schweine. Das ist cool, das Spiel. Das ist geil. Granate. Du hast eine Schweine-Wacke. So, was man hier auch bauen kann ist, ähm... Hier kann man es noch nicht bauen, oder? Nein, hier kann man es leider noch nicht bauen. Es gibt... Ach doch, den Universalgenie nicht verfügbar. Ah, schade, den können wir noch nicht bauen. Da können wir dann nämlich Sachen aufbauen. Zum Beispiel Zielgenauigkeit. So... Dein geiler Arsch hat mir glatt die Sprache verschlagen. Ey... Ähm... Ja, das sind so Kommentare, die mal kommen, wenn du mal eine Zeit lang zum Beispiel jetzt nichts machst, oder... Dann... Komm, also es kommt ziemlich anstößige Kommentare drüber. Das ist teilweise recht witzig. Kann ich Waffen bauen? Nein, ich kann keine Waffen bauen. Kann ich... Kann ich... Jetzt kann ich den Universalgenie bauen, weil ich genug Gold habe. Den baue ich gleich hinten in die Ecke rein. Und Universalgenie wurde zerstört. Fick dich! Hast du das gesehen? Ich habe ihn gerade aufgebaut und... Eine Sekunde später ist eine Kugel reingeflogen und hat ihn zerstört. Fuck. Das ist... Achso, die... Die Gegner haben deine Burg umlagert. Ja, es ist in diesem Fall nur einer da. Das ist der da vorne. Du siehst rechts um den Kompass und da siehst du so ein... Ein blaues Schloss. Und das ist eben... Blau ist eben die Eiskönigin. Und die anderen... Also... Sonst gibt es hier keine... Normalerweise könnte da drüben noch einer sein. Und da unten könnte noch einer sein. Also... Das Spiel... Jede Karte ist für vier Spiele ausgelegt. Hm. Das ist gut, dass du dich in dem Spiel überhaupt nicht auskennst, weil du kannst mich alle möglichen Fragen stellen, die sich die Zuschauer auch stellen würden. Tschuldigung, aber ich hatte die Schnauze voll. Ja. Okay, dann eine Frage. Wer ist dein Lieblingskommentator? Der Dicke. Ja, ist klar. Der Dicke ist richtig cool. Der Dicke ist richtig cool. Den mag ich. Wobei man sagt... Man kann nicht wirklich sagen Lieblingskommentator, weil es gibt halt... Es kommt eigentlich auf die Kommentare an. Ja... So, dann schauen wir mal, dass wir die Dicke hier... Ich werde jetzt mal etwas sparen, damit ich mir den Universal Genie leisten kann, weil man kann auch Waffen verbessern. Und... Wer hat sich verkehrt? Wie bitte? Wer hat sich verkehrt? Ja genau, deswegen... Der Karl der Dritte hat jetzt im Zielgenäuigkeit erforscht. Wenn ich nämlich eine Schenke gebaut habe, dann kann ich... Dann wird mir immer angezeigt, was der andere zum Beispiel erforscht. Das macht eine Schenke, weil... So in der Art so... Ja, in der Schenke spricht sich ziemlich viel rum. Und deswegen... So, bitte schieß mir jetzt mit dem Universal Genie nicht schon wieder zusammen. Ähm... Ja. Schieb das mit den Kommentaren an, dass er mich ein bisschen an Stark wirft. Wenn du nämlich deine Einheiten, so eine bestimmte Einheit immer... Die ganze Zeit anklickst. Von der Ordnung ist es so böse zu werden. Und dann so, hast du auch keine Hobbys oder so'n Scheiß. So, bauen wir nochmal ein Bauernhaus. StarCraft habe ich leider nicht... Lass endlich die Finger von der Braut! Und kümmere dich um die Forschung! Es gibt auch sehr anspielige Kommentare. Also richtig anspielige. Die haben wir leider noch nicht. Gehört, aber werden wir noch so hören. Ja, das werden wir auf jeden Fall noch hören. Ja. Wo ich gerade frage bei... Ey, ich glaube nicht, dass das bei StarCraft war. Bei irgendein Spiel war das, wo man den Spieler selbst angesprochen hat, wenn man die Einheiten geärgert hat. Dann hat er gesagt, ey, nur weil du eine Maus hast, kannst du mich nicht ärgern. Pass auf, sonst komm ich aus dem Bildschirm. Hahaha, also das ist auch nicht schlecht. So, Vorstellung. Machen wir erst Zielgenauigkeit, würde ich sagen. Zielgenauigkeit ist sehr wichtig. Ich hab absolut keine Ahnung von dem Bildschirm. Ah, gut, natürlich, man kann sich's denken. Zielen und dann noch eventuell die artige Schosse. Und breit das Gehäuse ab. Gehäuse, sag schon. Gebäude. Und es ist rot, rechts unten siehst du übrigens den Zustand. Hey, Meister! Du kannst jetzt dein neues Spielzeug ausprobieren. Als nächstes forschen wir Langer Fritz. Das macht meine Katakulte so stark, dass sie drei Geschosse auf einmal abfeuern. Also verbessert Katakult, Munition, drei Steingeschosse, Schusskosten, 113 Goldstücke, gerinkert direkter Schaden, hoher Schadensradius, hohe Abweichung, hohe Flugbahn. Und so weiter. Also das... Mann, die schießen ja alles zusammen. Siehst du das? Meine ganzen Gebäude sind voll im Arsch. Was ich jetzt mal sagen muss, wenn ich mich gerade frage, wie du auf Gehäuse kommst, ich glaube, im Mittelfeld gab's keine Autos. Ja, ich weiß. Ich meinte Gebäude. Ja, wobei, wenn du in so ein Haus fahren könntest... Ja, wobei, wenn du in so ein Haus fahren könntest... Ja, wobei, wenn du in so ein Haus fahren könntest... Und dann stell ich Feuer und einfach so das zweite Seite... So, die Blöten. So! Ja, jetzt muss ich meine Steuern runterstellen, weil bei... 40 Steuern kriege ich da keinen Zuwachs. Weil ich habe jetzt 85 von 90 Bauern. die sollte man auf jeden Fall vollwerten lassen ich habe meine 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 Max mehane genau ich bin wo es wird höchste Zeit dass du mit diesen verbesserten Waffen drüben mal eben so richtig ankloppt jetzt sieht man die Katapult plötzlich ganz anders aus doch der Eggman hat hier sein Debüt so was haben wir denn da Wappenausbau na ich muss jetzt erstmal das Gebäude reparieren lassen das kostet zu viel dann mache ich erstmal noch einen Schuss von dem und jetzt geht es richtig los das verstehe ich unter Bauernopfer das verstehe ich unter Bauernopfer naja schauen wir mal ob das das letzte Bauernhaus ist weil dann hätten wir das zweite Level auch schon geschafft es ist erstaunlich wie das hier gerade bei mir aussieht mit dem Außenbild ich glaube das wird es nicht verstören super der Güllegeruch war sowieso unerträglich war das das letzte Haus nein es muss noch irgendwo eins versteckt sein na ganz toll warte mal kurz das zeige ich dir mal kurz nein da ist ja noch eins da naja übrigens bin ich bei Lucia fast fertig ich habe jetzt mit jedem über 900 Kp oh Respekt wo hast du das gefahren er vor dem Rache Tempel diese Hühner äh du hast manchmal Lebenstränke die Cocktailie oder wie die heißen gell im Spiel her ist es auch schon über 20 Spielstunden gewesen ich hab' nicht Scheiße aber es hat wahrscheinlich nur so ne Stunde gedauert oder äh nein mhm hier riecht's nach Bauer 3 nächstes Level geschafft schick grad du hast gewonnen Version 1.00 ich finde es so lol und das Spiel ist trotzdem gut das wird Windows nie hinkriegen tja f f